Yo, 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 what's up, Homies? Bo, bo! Stopp, ich merk schon, ihr seid nicht richtig committed. Wir brauchen erstmal Beats, Alter! Okay, ich denk jetzt mal, wir sind jetzt tight wie ein Mäusepupo. Ich will euch jetzt mal kurz erklären, wie das bei uns in München City so abläuft. Die ganze Town ist nicht so united, wie sie sein könnte. Da gibt's zum Beispiel North Central Hasenbergel oder East Central Neuperlach. Klar, die Crowd in den einzelnen Hutze sich natürlich nicht sonderlich gewogen, wenn ihr wisst, was ich meine. Da kann es dann schon mal passieren, dass es in den einzelnen Turfs zu ziemlich Trouble kommen kann, okay? Hey, ist aber kein Thema, echte Cheese haben sowieso immer ihre Smith & Wesson dabei. So handeln wir unser Business. Wenn wir also am Cruisen sind, kann es schon mal zu Hammerhatten, Drivebys und Shootouts kommen. Um euch Dorks mal klarzumachen, was da so abgeht, hab ich mir mal die neue Scheibe von Ubisoft gezogen, wo es in der Hauptstadt des Gangster-Daseins mächtig abgeht. Die Rede ist natürlich von den Staaten, ist klar, oder? Das Ding heißt 187 Ride or Die und erscheint für die PS2 und Xbox. Ride or Die ist eh logisch, was das heißt, und 187 steht für den Code bei den Cops, wenn jemand umgeblasen wurde. Also ich zeige euch mal, was da abgeht. Seid ihr noch dabei? Okay. Also, ihr nehmt am Rennen teil, euer Ziel ist es immer erster zu werden. Wir Gangster machen daraus aber keine Mickey-Maus-Veranstaltung. Schließlich sind die anderen Cheese bis an die Zähne bewaffnet. Hier geht es um eiskalten Bandenkrieg, okay? Während ihr euren heißen, aufgepimpten Schlitten durch die Gegend steuert, könnt ihr mit den Shoulder-Buttons den Trigger of the Gun betätigen, okay? Im Klartext. Ihr feuert entweder nach vorne oder hinten, um die anderen Autos auf den Schrottplatz zu kriegen. Ist eigentlich alles super easy, allerdings wollen die anderen euch auch lieber 6 Feet anders sehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst also schauen, dass ihr rettende UNICEF Heilpakete aufgabelt, die auf dem Asphalt rumliegen, um eure Lebensenergie auf Trab zu halten. Während ihr anfangs immer nur eure kleine nette Handfeuerwaffe mit unendlich Bullets im Gepäck habt, könnt ihr so auch dickere Wummen in eure Karre laden. Ob Maschinengewehr-Baby, Uzi oder Molotow-Cocktail, ihr lasst einfach alles auf die Gangster los, was nicht nid- und nagelfest ist. Wenn euch mal eine Waffe nicht gefällt, die ihr aufgesammelt habt, könnt ihr sie auf Knopfdruck einfach aus dem Fenster schmeißen. Ach ja, richtig fett ist auch noch, dass ihr euren Gegnern die Waffe ratzen könnt, wenn ihr den Wagen rannt. Da schauen die Cheese ganz schön verdutzt aus der Wäsche, ist klar, oder? Ist ganz schön Ghetto-Style, das Ding. Hey, aber noch was, es geht nicht immer nur um schnöde Rennen. Manchmal müsst ihr auch eine abgefahrene Eskorte bilden, um eine Lieferung sicher von einem Turf ins andere zu schaffen. Euer Goal ist es dann, die Karre unbeschadet ans Ziel zu bringen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie die Lieferung ausschaut, oder? Eins kann ich euch sagen, echte Homies fahren nicht einfach wegen ein bisschen Dough durch die Gegend, okay? Die Missionen, wo ihr ein anderes Pimp-Mobil eskortieren müsst, sind echt fett. Ihr ballert, was das Zeug hält und habt immer ein wachsames Auge auf dem Mann vor euch. Ist deine Lebensenergie am Gefrierpunkt angelangt, müsst ihr nochmal ran, okay? Okay, seid ihr noch tight? Ich gebe euch zur Sicherheit nochmal ein paar Beats. Okay, das dürfte erstmal reichen. Hey Leute, es gibt aber auch noch andere Missionen. Manchmal müsst ihr eine Arena als letzter mit vollem Heartbeat verlassen, okay? Also ähnlich Twisted Metal seid ihr zum Beispiel ein Parkhaus unterwegs und mäht einen nach dem anderen quasi Manage to Society mäßig nieder. Macht Laune. Gebt euer Auto aber den Geist auf, müsst ihr nochmal antreten. Sind die normalen Rennen echt schon cool, setzen die Arena-Kämpfe nochmal einen drauf. Ich sage euch, das Ding rockt wie Joghurt. Allerdings ist es oft so, dass ihr einfach nur blindlings drauf lostriggert. Ein paar Blau-Bohnen finden immer ihr Ziel. Da muss man schon ein richtig hochrangiger Schieß sein, um das Auto, den Asphalt und die Woman im Griff zu haben. Okay, nächster Punkt auf der Liste. Homies sind das ein und alles, da gehen wir d'accord, oder? Deswegen gibt es bei 187 Ride or Die auch einen richtig cool Mehrspieler-Modus. Ich habe mich hier mit meinem Favorite Dog, nämlich Old Dirty Bloom, über Splitscreen connected. Bis zu vier Players können im Splitscreen antreten. Der beste G ist der mit den fettesten Rims, den fettesten Lowriders und den fettesten Weapons, okay? Also zieht euch mal rein, wie die beiden OGs hier abgehen. Das Zauberwort der letzten Jahre lautet Online. Auch da lässt sich 187 nicht lumpen und spendiert der PS2- und Xbox-Version noch einen fetten Modus, in dem ihr über die Datenautobahn nach Lust und Laune hasseln könnt. Übrigens, ihr seht die ganze Zeit die PS2-Version, da es die Xbox-Fassung nicht rechtzeitig in unserer heiligen Hallen gemanagt hat. Okay, Hosen Bitches, 187 ist ein kurzweiliges, das Hand des Vergnügen. Zwar werden Racing-Puristen nicht ganz auf ihre Kosten kommen, weil einfach zu wenig farberisches Talent verlangt wird und Action-Fans könnte es passieren, dass sie zu wenig ballern dürfen. Wer aber einen netten Mix aus beiden Genres haben will, darf zuschlagen. Technisch ist das Ding jetzt zwar nicht ganz der Hammer, ich meine, die PS2-Version flimmert stärker, als wenn ihr 5 Liter Boost aus dem Brown Paperback intersettet. Dafür läuft das Ding flüssig wie warme Butter. Mächtige Props gehen auch an den Soundtrack, der sich zwar eindeutig an die brennende Mülltonnenfraktion richtet, aber groovt wie eine Flex. Also, wer unkomplizierten Spaß haben will, sollte zugreiten. Ich sage jetzt einfach mal Ende der Übertragung, Homies. Wir sehen uns beim nächsten Mal, okay? Bleibt massiv!